Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Aujourd'hui on va apprendre à compter 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 20. Also heute geht es um die Zahlen von 0 bis 20 auf Französisch. Aber bevor wir anfangen, denkt dran, bitte meinen Kanal zu abonnieren. Hier unten auf den Link klicken und du kannst auch auf die Glocke klicken, nicht klingeln, klicken, genau, damit du eine Nachricht bekommst, sobald ein neues Video von mir kommt. Einfach Französisch, das wollen wir gemeinsam lernen. Donc on va voir les nombres ensemble de 0 à 20 en français. Tu es prêts? C'est parti. Zero, zero, das ist natürlich die Null. Zero, vous savez, das Z am Anfang wird Z ausgesprochen, ja? Zero, nicht zero, zero. Un, un. Das läuft hier, eine Nasale, ja? Nicht un, un, sondern hier. Un, 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 un. Un. Wenn du von etwas sprichst, was feminin ist, dann sag mal un, un, mit einem e dahinter. Aber hier geht es um die Zahl 1, also un, auf Französisch. Un. Deux. Deux. Denk dran, immer mir nachzusprechen, das ist ganz wichtig, damit du auch trainierst. Deux. Deux. Trois. 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 Du hast gemerkt, ich sage nicht quatre, sondern quatre. Dieses e am Ende hört man fast nicht. Das ist ganz typisch in der französischen Sprache. Wir lassen gerne Buchstaben weg. Das wirst du immer wieder sehen. Also nicht quatre, sondern quatre. Quatre. Cinq. Cinq. Dieses c am Anfang wird wirklich s ausgesprochen, wie ein s. Cinq. Cinq. Und da findest du nochmal das un. Wird anders gesprochen wie bei eins, aber das ist der gleiche Laut. Un. Un. Cinq. Sis. Sis. Das ist ganz ähnlich wie im Deutschen, oder? Sechs. Sis. Hört sich schon ziemlich ähnlich an. Set. Set. Okay, pass auf, da ist ein P, wird aber nicht ausgesprochen, schon wieder. Set. Set. Huit. Huit. Und nicht huit, oder so. Das h am Anfang wird im französischen allgemein nicht ausgesprochen, und deshalb können die Franzosen auch kein heiße und hallo und so aussprechen, sondern sagen, ich heiße, hallo und so weiter, weil sie kein h kennen. Also das h wird einfach im französischen unausgesprochen. Huit. Huit. Wie bei oui. Ja, ähnlich. Huit. Mit einem T dahinter. Okay, der wird ausgesprochen. Neuf. 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 Dies. Wie bei sis, aber diesmal dies. Verwechsel nicht diese zwei Zahlen. Dies. Onze. Und du merkst, jetzt kommen diese ganzen Zahlen mit immer ZE am Ende. Da gibt es ganz viele. Und das wird immer S ausgesprochen, wie ein S. Dues. Treize. Treize. Katorze. Katorze. Kainze. Kainze. Seize. Seize. So, und jetzt kommen die Rechnungen. Also, die set. Siebzehn ist zehn plus sieben. Also, die set. Die set. Und nicht set, dies, wie im Deutschen. Das ist für uns Franzosen. Ganz verwirrend, weil wir im Deutschen die Zahlen für uns andersrum sprechen. Das ist jetzt für euch auch andersrum. Es ist einfach anders. Es ist eine andere Sprache. Die set. Die set. Die suite. Die suite. Und du hörst, man sagt nicht dies, wie, dies, wie, und mit einer Pause. Das ist typisch deutsch, als wir Pausen zwischen den Wörtern machen. Im Französischen verbinden wir gerne alles. Also, die suite. Die suite. Und nicht dies, wie, dies, wie, dies, wie, dies, neuf. Dies, neuf. Und nicht dies, neuf. Dies, neuf. Dies, neuf. Vingt. Vingt. Okay, das ist ganz unterschiedlich. Früher, ich komme ja aus dem Elsass, da habe ich immer Vingt gesagt. Also, mit dem T am Ende. Natürlich ohne G, das wird nie ausgesprochen. Aber ich habe früher immer Vingt gesagt. Meine ganze Familie sagt immer Vingt. Und jetzt lebe ich seit zehn Jahren ungefähr in der Nähe von Paris. Und Deutsch sagt man nicht Vingt, sondern Vingt. Wie beim Wein. Genau, das gleiche Wort. Vingt. Und ich finde es jetzt ganz verwirrend, wenn ich jetzt ins Elsass fahre zu meiner Familie und ich höre alle, die Vingt, Vingt sagen. Das finde ich jetzt ganz komisch. Aber eigentlich habe ich das früher immer gesagt. Also, diese zwei Aussprachen gibt es. Also, das wollte ich dir damit nur sagen. Okay, jetzt wiederholen wir das Ganze noch einmal. Bist du bereit? Super, bravo. Okay, wenn das jetzt zu schnell war, dann musst du das Video nochmal anschauen, in Ruhe mit mir üben, immer nach und nach sprechen. Und wenn du dann bereit bist, dann gehst du nochmal zum Ende und sprichst es nochmal schnell mit mir durch. Aber vielleicht brauchst du erst ein bisschen Übung und das ist okay. Also, du kannst gerne das Video nochmal anschauen. Du kannst auch gerne abonnieren. Und du kannst auch mein kostenloses E-Book herunterladen. Den Link findest du in der Beschreibung. Dort erkläre ich dir, wie man Französisch lernt anhand der Mila-Methode. M-I-L-A. Dahinter steckt ganz viel und das erkläre ich dir im E-Book. Das ist kostenlos. Du musst mir einfach nur deinen Vornamen und deine E-Mail-Adresse geben und dann schicke ich dir alles zu deinem Postangang. Okay, ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Bitte gib mir einen Daumen hoch und ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.